hey du hey du ja irgendwie komm mal her hat du mal was zu sagen da machen nicken alter junge das ist irgendwie aggressiv aus so ab hier sollte ich eventuell wieder genau etwas langsamer die sache angehen okay ja komm her bevor das ding wieder angeht damit steins überbraten kann wo ist der andere das ist unser scheißautomaten wo ist der mach doch doch her wo bist du auch da bämm jubits ist da noch einer wer will noch sich eine ladung abholen ich habe noch ein paar kugeln übrig ist kein ding so muss ich hier irgendwo dran interessiert keinen lest wenn ihr wollt das interessiert aber irgendwie kein so das war langweilig so es gibt es noch mal moment was gab es noch für möglichkeiten computer die kameras können mich mal am arsch lalalala komm doch her wenn du dich traust da bringe ich dich um lalalala bildschalter wo hat er mit dem messer hat das messer rausgeholt und so bam alter in der als gestorien wie hierher hat's gemacht hat er mit dem messer war kein ding so wo sind der andere bastard ach macht ja 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 ist ja ist was hast du da das wird lustig gib mir das kann ich jetzt in die fresse schmerzen sorry denn ich habe jetzt wieder hier meine aggressiven splinter cell ade entdeckt aber ich mal gucken ob ich so ein whisky ding ich habe es nur an den kopf geworfen ich glaube der ist bewusstlos der wurf war zwar scheiße aber hey fuck the world ich habe so ein ding an den kopf das spiel das ist so toll ich mag das so lasst uns weiter hier kann ich mich rein hacken let's do little bit hack ich hoffe da ist keiner weil es recht hell hier gut scheint nichts zu sein hier dann wollen wir doch mal an den netten pc wir haben es findet in kürze im privaten badebereich auf der rückseite des badehauses statt mit wem trifft er sich so wie es aussieht sind die jungs von den roten nishin kohen hatte recht der besitzer des badehauses hat beste verbindungen zur japanischen unterwelt ich weiß nicht das klingt mir so gar nicht nach schädling nun solange wir nichts finden das gegenteiliges beweist scheint mir das eine handfeste spur zu sein ich sehe mich noch mal um verdammt sam der ganze laden ist alarmiert worden jetzt wirst du dich da durchkämpfen müssen erfüll deine primären missionsziele und verschwinde so also wir haben jetzt ähm befehl nach shetland zu suchen glaube ich das irgendwas what was 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 woher kam das alter leck mich am arsch ah hier bin ich wieder hihihi doch mal es ist einfach spaßig ok das war irgendwie grad komisch irgendwie keine ahnung wo die her kam diese diese haftmine oder was das war das war sehr merkwürdig ich glaube hier können wir doch auch dran das ist doch oder wir haben's shetlands meeting findet in kürze im privaten badebereich auf der so dann den ganzen geschwätzchen sich nochmal anhören mit wem trifft er sich so wie es aussieht sind die jungs von den roten nishin cohen hatte recht der besitzer des badehauses hat beste verbindungen zur japanischen unterwelt ich weiß nicht das klingt mir so gar nicht nach shetland nun solange wir nichts finden das gegenteiliges beweist scheint mir das eine handfeste spur zu sein ich sehe mich noch mal um ok jetzt würde ich hier dann die sachen mehr genau angucken sag mal was war hier was zum fick ist hier explodiert ich meine hallo da war nix was ist da explodiert ich wollte mich doch veräppeln ihr wollt doch hier so haha das ist so lustig äh nein nicht lustig ähm ja zum glück haben wir hier schon aufgeräumt sam unsere satelliten zeigen ein kommando der japanischen cyber sondereinheit die sich im badehaus nähert für die roten nishin unseren freund shetland an die behörden verpfiffen soll ich dem kommando den vortritt lassen wir müssen das meeting abhören versuch herauszufinden was er vorhat aber geil wie er dahinter geflogen ist mal ernsthaft das war geil äh fuck you soll ich dem kommando den vortritt lassen wir müssen das meeting abhören versuch herauszufinden was er vorhat bevor die jungs ihn festnehmen ok nochmal ist ja so lustig hier ich meine hey und so spaß ok ich glaube ich muss da aber oh god ich 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 seh nix ich hoffe das dann sieht das teil mich auch nicht aber ich glaube das teil das reagiert doch eh auf wärme kann das sein anscheinend nicht oh ich seh nix ok jetzt kann ich das teil auch ausschalten äh jo ah ich viel zu neblig hier so speichern wir mal wieder meine energie sieht so verdammt nicht gut aus wow wow erstens ich war hier vorhin schon mal zweitens ich erinnere mich gar nicht dass da vorhin so ein gerät gestanden hat drittens dich habe ich vorhin auch nirgends gesehen hm ok öfters speichern öfters speichern ist eventuell eine gute idee hier so ich glaube hier muss ich rein wow geh weg geh ich hab die ja und hier dürfen wir gleich das gespräch wow wow geh weg äh das gespräch von Shetland glaube ich abhören das dürfte hier irgendwo sein speichern lieber nochmal ähm je länger wir diesen Typen finden desto besser was 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 ohohoho ja da zeigt wohl jemand Reaktion mein Gesicht man ok wie mach ich das am besten bleib mal hier im Wasser einfach so weil Wasser ist toll und so da ist nix na ich bin weg ich bin weg ok macht was ihr wollt ich geh jetzt da hin aber ich glaub da muss ich hin ich muss genau da rein und dann hören wir uns mal an was die netten Jungs so zu erzählen haben rum 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 und dann kann ich versprechen gibt's ähm Megan Action eine Menge Action gibt's gleich aber so richtig Lambert Lambert Otomos Leute sind hier wollen die eingreifen ist sauber keine Ahnung ich habe Otomo noch nicht erreichen können ich weiß nicht was die vorhaben Sekunde warte mal was passiert denn da ich habe ihnen doch gesagt dass wir haben Oh Shetland verdammt Lambert sie sind nicht hier um Shetland auszuschalten sie treffen sich mit ihm sie sind seine Partner Oh mein Gott bleib da wir müssen unbedingt noch mehr erfahren bevor ich das meinen Vorgesetzten melde wir werden ihnen nicht durch Tokio hinterherlaufen ganz ruhig Kaneda ich lade sie einfach runter und renne sie ha halten sie mich für einen Narren sie sind doch nicht so dumm sie über ein öffentliches Netz runterzuladen was haben sie vor ich sagte doch schon ganz ruhig sie haben recht so dumm bin ich nicht meine Männer haben ein Suchnetz eingerichtet absolut sicher und kabellos unabhängig von Weapon setzen sie sich in vier Minuten haben sie ihre Algorithmen aufhören Lambert lass sie Fischer jetzt kennen wir die Wahrheit wir sammeln nachher das auf was die Jungs voneinander übrig gelassen haben sie fangen jetzt mit diesem Ehre Zeugs an um von ihren Lügen abzulenken soll ich auf dem Konto nachsehen oder sollen wir aufeinander schießen Kaneda Tetsuo ha nein 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 bitte wir finden sicher eine Lösung ha das war wohl die Lösung wir befinden uns auf dem Rückmarsch der Hubschrauber ist auf dem Weg gut sichert das Gebiet hier darf niemand durch jawoll Sir Fischer ja ja ich weiß erledige Shetland oh yeah so jetzt wird's ernst würde ich mal sagen jetzt äh wird's ernst oh yeah jetzt ist Krieg zwischen den Fronten von den beiden tja ich speichere lieber mal ich hab Angst und ich muss mich quasi jetzt durch die wow 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 who the fuck ich muss mich jetzt durch diese ach du scheiße warte mal ruhig durch die Massen kämpfen und ähm am besten überleben und äh Shetland in die Finger kriegen so sieht der Plan aus ich hab Angst ich speichere lieber ganz oft ich äh wechsle mal zu dem hier nee 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 ja da sitzen ein paar da sitzen ein paar ich bin mittendrin wow 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 ich geh mal da zurück jetzt bin ich hinter der Front wow 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 ich hoffe hier kriegt mich keiner das wär scheiße sonst für mich okay ich hoffe der macht mich nicht tot und so ernsthaft hab Angst ja klar ey der sieht mich in ganz ganz kurzen Moment und dann bunt schau wieder ab das ist mir grad zu gefährlich da drin ganz ehrlich wir machen es auf eine andere Art und Weise und zwar die Art und Weise ich speichere hier nochmal nehmen wir eine verdammte Splittergranate um Pfeffer sie da rein höh voll der Blas mal speichern und gucken ob's gewirkt hat ne ich weiß es ja nicht so genau ne nicht so ganz aber schmeißt man noch eine davor moe ach feckst ich doch dann mi 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 nochmal evtl so stirb for real bist du jetzt tot immer noch nicht tot ich schmeiß einfach mal granaten und geh wieder ich find den plan gar nicht so schlecht Ich versuche mal eine Granate von der anderen Seite zu werfen, vielleicht ist es ja voller Überplan. Ich weiß es ja nicht. Oh Gott. Ich glaube, ich habe es beide gekillt auf der anderen Seite, die zumindest. Und jetzt hilft ihr noch dran glauben. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Ich bin deinem kleinen Freund. Oh, Skarface. Komm her. Äh. Nee. Okay, wir machen das so, dass ich von der anderen Seite jetzt reingehe. Ich habe voll einen Plan, Mann. Ich muss das bloß irgendwie überleben. Okay. Okay, okay, okay. Plan. Spalle. Das waren sie alle, ne? Ich speichere lieber nochmal. Und dann renne ich einfach mal drauf los. Aber es sieht gut aus. Ich glaube, ich habe es gepackt. So, Shetland, wo bist du? Ich komme dich holen. Ähm. Speichern. Die ging nochmal an die Wandlehne. Ich habe keine Planung. Ach ja. Kann man da irgendwie... Ähm. Nimm das. Stirb. Danke. Geht doch. Das ist scheiße gefährlich hier. Ohne Witze. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Jetzt habe ich hier quasi einen Rundgang gemacht. Okay. Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Bäm, 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 bäm. Ähm. Hey. Sehe ich heute wieder gut aus? Schieß dir selbst in den Kopf, Sam. Aha. Gut gemacht. Ah, ist das lustig. So, wo geht es denn lang? Mal ehrlich. Medikit. Medikit. Gebt mir das. Oh. Oh, ich bin so zufrieden. Ich bin geheilt. Ah. Ich fühle mich so gut. Ich fühle mich so tot. Ich fühle mich so... Sprachlos gerade. Ha. Hör doch auf mit so einem Scheiß.